ja und da sind wir kreativ miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der f1 2020 5 runde wm bei uns schon saison nummer 11 und mit mir dabei sind valvo joker und der jake die fahrt mit und der kenny ist noch in der confi kuckuck da haben wir kurz da jetzt so eiköns oder so smileys wieso handheben oder irgendwas das gute ist schock hat jetzt seine flagge wieder weil ich jetzt gerade wieder umgetappt bin ich hoffe wir fahren russland italien kanada monaco in der folge und dann usa badelein japan und mexiko in der nächsten genau acht rennen zwei folgen saison 11 bei mir auf dem kanal ich glaube ich musste jetzt sogar dreimal in der woche bringen wenn das hier so weitergeht weil sonst sonst kommt der neue f1 teil und ich habe immer noch zwei zwanziger folgen so sieht es nämlich dann bald aus so gut so gut ja ja sonst wäre der kanal schon lang tot wenn wir das nicht alles hätten so tot wie manch an ja gut egal so tot wie der schumacher das haben wir jetzt überhört das war jetzt eine unverschämtheit weil wo dafür musst du gehen im renne also da verstehe ich kein spaß ja kein spaß verstehe ich da ich war mit dem 92 erudem übrigens ich hoffe dass der spaß versteht joker auch jake mit 95 abendeten und ich wollte ja endlich mal den 94 abendeten fahren wo wir bei schumacher werden das auto was jake hat 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 auch ein schumacher schriftzug drauf nigel menzel und das biest red 5 jahre hatte ja brilliant moments hast du auch mit kriegt weil wo geht das der englische kommentator gestorben ist gestern der murphy walker murray murray walker den fand ich super das war wirklich einer der beste kommen das war gut ja die werbung mit hil aber mir ist es doch noch letztens über den oder ja aber da hat die werbung gehabt and damon hilf in second again oh he is out of the control aber der hat wirklich schon gut kommentiert der war vor allem 96 er denn auch wirklich denn nach dem hilf als der wettmeister wurde er fertig mit nerven der war ja auch glaube ich mit dem boot befreundet mit dem damen hilf und hat sich für den glaube ich so richtig gefreut aber der war schon gut er schon richtig abgegangen ab meint ist die engländer sind was kommentiere angeht sowieso immer besser als die deutschen schlaftabletten die man da als kombinatoren hat und vor allem hat der murray walker sich nicht so oft versprochen wie der heins brüller der hat wenigstens alles noch gecheckt wenn der gerhard berger ausgerutscht ist geh mal wo Heinz brüller hat das nicht so gecheckt obwohl ich den auch lustig fand das cockpit sieht aber komisch aus sehr breit jetzt sehen ob das 94 wirklich so war 0,016 der abstand kann das stimmen ich brauche mal wieder sprit coins gratuliere euch und walvo haben wir schon fuck gehört da ist was passiert also lief noch nicht so gut mit williams oder wird schon was passiert sein wie ist dass ich jetzt noch nicht so gut fahre oder war es einfach nur ein blöder fahrfehler da hab ich weggedreht kurvenausgang der klasse ja obwohl jake meinte ja schon dass der williams power hat aber auch biestig zu fahren ist ja ich merke schon dass der sehr behäbig ist in der kurve wie der nigel menzel oh das haben sie die szene gezeigt vom erstmal viel spaß viel glück dem mary walker wurde an der führung mit dem mann wir für eine schwierigkeit oder mary walker den menzel da fragt soll mal seine beule da zeig und der war die körper und fast noch mal drüber oh sorry das war auch geil ne ne also überholen ist jetzt nicht freund dahinter überholen ist jetzt nicht hab ich gesagt vielleicht geht das oh neiiiin einer geht links und einer rechts oh ne fucking schon oh da war es wieder mann ich will doch nur verteidigen dass mich so ein arschficker nicht überholt und dann dreh ich mich doch wieder weg doch oh da ist einer abgeflogen wer ist denn da geradeaus abgebogen wer war das jetzt joker warst du das ne ich war es am anfang ich war oh nein ich hab dich aber nicht getroffen ich bin hinter dran mit einem zahmen krass dann war es mal wo auf jeden fall ist da ein williams böse weggeschossen verhakt und weggedreht ahja das ist natürlich das problem bei dieser kategorie dass ich diese autos verhaken weil diese unterschiedliche autobreiten sind schon bei den 2000er nicht ganz so dramatisch und dann sagt mir der chef noch der start war es okay und nicht perfekt halt das maul mein start ist sehr gut und du halt das maul schade dass man den ja nicht auf japanisch stellen kann hat valvo ja mal vorgemacht und alles getestet aber es geht leider nicht gell das würde ich mir gerne für F1 2021 wünsche dass auch bitte alle sprachen da reingemacht werden also dass der renningenieur auch mal sagt oma christo oma christo oma christo arabisch das hätt sich der valvo ja freue drüber oma christo es war bei dirt4 wo der valvo den mal anhatte japaner oma christo das war auch so geil das hätt ich auch aufnehmen sollen das hätt ich jetzt machen müssen mit dem pc da schon haben müssen und da hätt ich ja eh aufgenommen oh das war auch geil dieser japaner oma christo oma christo ooo man vorsicht valvo juhu irgendwo steht ein joker Ich geh jetzt erst mal mit einem Benetton an einem Williams vorbei. War ein Nitzework, sagte mir ein Nitzework. Da stand noch einer. Ein Nitzework. Nitzework. Er kennt's Nitzework. Jetzt am Donnerstag, weil wo kommt ja jetzt erst die 5-Runde-WM mit dem McLaren, wo wir da gefahren sind. Hier einer, ja. Da kann ich mich ganz genau erinnern. Das war doch... Da, wo wir in Mexiko gefahren sind. Und Österreich. Da sind wir, glaube ich, bestimmt 6 oder 7 Mal in 10 WMs, die ich mit aufgenommen habe. Also das sind so Standardstrecke. Russland war auch oft dabei. Monaco an letzter Zeit. Jumacher Fickfotzeig. Aber Joker hat ja schon, liebe Zuschauer. Das sag ich jetzt einfach mal. Ich muss das nicht selber sagen. Der Joker, der möchte ja gerne noch, wenn der Nachfolger angekündigt wird. Ja, komm, fahr weiter, die Idiot. Dahinter, die Williams. Die Williams habe Spaß. Fahr weiter, die Idiot. Ja, aber echt Spaß, die Williams. Ja, guck mal, wir nehmen noch welche mit. Ihr könnt... Oh, da ist jemand ausgeschieden. Leider haben wir es nicht lesen können. Das ist schön. Das war ein schönes Ende, aber... Schade, weil... Ihr hättet ja vorne welche wegräumen können, ja? Ach, dein Rad ist das. Ich dachte, du hast da keinen, das weggehauen. Kaufmann hat mich überholt, die Fick-Sau. Das war schön. Joker möchte gerne... Jetzt, wo du weg bist, trauen sie sich. Joker möchte gerne eine Fünf-Runde-WM noch machen, wenn der Nachfolger angekündigt wird. Indem er alle 22 Strecke fahren will, der Joker. Und das bin ich ja sehr begeistert, wenn dann Vietnam noch kommt. Also die beiden Williams 92 habe sich jetzt schon... Ich würde sagen, ich bin Drive of the Day. Ich hatte also am Anfang irgendwie in der ersten Kurve halt eine KI weggeballert. Der Chill lebt immer noch. Und in Runde 2 habe ich mich auch nach der ersten Kurve mit ihm angelegen. Da warst du, dass der da gestanden ist plötzlich, gell? Joker, da warst du, dass der da plötzlich gestanden ist. Ja, ich... Vorbei geht's. Ich habe halt nur von hinten... Oh nein, ja, ich dachte, dass du mich halt berührt hast, wenn du dich waren, was hat irgendeine KI. Doch, ich war's. Ich bin aber noch durchgekommen. Aber du bist eine Runde später, da ist so ein 92er Williams da rumgestanden. Und deswegen wusste ich jetzt, was das du oder Walvo, der da gestanden ist. Aber den McLaren haben wir schön besorgt, Joke. Die haben wir an die Box geschickt. Ja, du? Einmal an die Boxen, stopp. Einmal Boxen, stopp, bitte. Jetzt müssen wir uns erstmal für die Interviews die falschen Deichel Menzel-Schnubarte ankleben. Und noch irgendwo den Kopf anhauen am besten. Damit's auch authentisch wirkt. Also der mich hier noch vollbringen. Oh Gott, sag bloß, der vor mir ist auch ein 94er, oder? Ja. Ja, Ate, ihr Freund. Der Idiot, der mir da in der letzten Mal mit dem Brawn hier so das Lebensschwert gemacht hat. Voll Idiot. Dich überhole ich gleich mal. Das kennt man ja gar nicht. Ohne rüberziehen. Was, das kennen wir gar nicht? Na, da kannst du mal sehen, Joke. Ja, du hast dich also in den letzten, also in der Top-Folge jetzt die fünf Runden, hast dich schon stark gesteigert. Ja, irgendwann werde ich noch Weltmeister. Ich weiß noch nicht, wann. Das ist so wie in der Transformation. Ich werde mehr zum Beißler, und der Beißler wird mehr zurück. In der neuesten Folge auch, wo du einmal auf den Bareinen auf der geraden Folge rüberziehst. Weil du guckst vorher noch nach links, wo der neben die Ärzte, zwei Sekunden später so BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� Mann, da nehmen sie mich in die Zange, der Kaufmann und noch jemand. Und obwohl ich schon fast, da war ich schon Dritter und dann drehe ich mich weg. Aber dass die sich dann, dass die dann so blöd ineinander kacheln, ist natürlich jetzt wieder mein Glück gewesen. Natürlich ist der Frontflügel total im Arsch. Boom, das war knapp. Aber damit werde ich jetzt irgendwie durchkommen. Da hat es einiges zerlegt. Da war Achter, ich meine. Ja gut, wir sind jetzt auch drei Sekunden. Na dann, okay. Dann wird es nix. Habe ich eine bekommen? Mir ist zumindest jetzt eingeblendet worden. Weil es war schon grenzwertig, ein bisschen, wie wir gedreht haben. Aber ja gut, es hat ja für den Show-Effekt gesorgt. Dafür zahlen die Fans. Kann ja mal passieren. Ja eben, das kann ja mal passieren. Das Auto ist zwar total scheiße. Ja, ich kann auch nicht mal mit dem Auto ja auch nicht mal richtig fahren. Ich muss jetzt nur noch gucken, dass das Punkte reinbringt. Links ist die Pappe weg. Da ist er orange, da ist er hollandfarben. Da freut sich jeder Holländer drüber. Und auf der anderen Seite ist er gelb. Und der Take drüber. Schade. Also das Manöver da mit dem McLaren und auch mit dem Kaufmann. Da liegt alles rum. Das war eigentlich sehr gut. Ich habe die eigentlich gut überholt. Der eine hat sogar noch mich gesehen und nochmal Platz gemacht. Aber dann hat sie sich verhakt mit mir. Der Depp. Und dann kam der Kaufmann und hat mich auch noch in die Zange genommen. Ach hinter dir ist der eine überrundete, wo der Joggle und ich Spaß hatten. Der Joggle und ich habe gedacht, war Barnes und Jules. Ja, Bede hatten wir ja zum Stillstand gebracht und Bede musste an den Bock. Ja, aber der Corera ist hinter Baisland, entweder Barnes oder Jules. Ja, von Jack. Der muss ich im Alter jetzt kämpfen. Ja, schade. Also da war ein Podest drin. Aber naja, man sieht sich ja in den Rennern auch zweimal, gell, Kaufmann und Co. Man sieht sich ja immer zweimal, naja, sogar siebenmal noch, weil wir ja noch sieben werden. Ich erwische sie noch, die Dreckschweine. Weg und schmischen. Graduliere. Zu pünktlichsten. Aber ein Podest war drin. Also wir haben hier die Szene des Reddits einmal gebüßen. Und Walvo sagt noch, dafür werde ich doch jetzt Fahrer des Tages. Und da haben sie ihn gehört. Das sieht mir gleich mal wieder in den Team nicht verdient. Drake hat heute mal wieder sein Overall angepasst. Das ist das, was ich beim Shop gekauft habe, diese blöde Animation mit dem Herz. Ja, Herz an, Herz. Und der Drake hat sich sein Overall ein bisschen angepasst, sofern es ging desigentlich, oder? Obwohl der eher brasilianisch aussieht, so. Brasilianisch? Er hat versucht, die Russlandflaggen zu treffen, aber... Also ich sag, dass der Mazepin für Amerika startet. Das wär lustig. Und Schmick Schumacher für den Stein. Ja, ja, Joker. Lebt auf ganz dünnem Fuß heute. Aber wenn das... Ich hab so beide wie die Pest. Aber außer Günther ist halt bei ihm Haas-Team sowieso nicht schwer sympathisch. Der Günther sollte jetzt eigentlich das Team wechseln, sollte woanders stehen. Der sollte sein eigenes Günther, F1 und NSU. Habt ihr ja Vettels Helm schon gesehen, wie der voll gewichst ist mit BWT? Ja, der ist doch... Zum Glück nicht. Das ist doch, glaub ich, wieder dieser Deutschland-Helm, das Ferrari-Designer ohne Ferrari-Pferd drauf. Und ich hab's gesehen, glaub ich, überall BWT jetzt draufgeklagt. Die deutschen Flaggen sind dabei jetzt in verschiedenen Pink-Tönen gehalten. Ja genau, Pink ist auch noch Haufe drauf beim Fettel. Noch schwuler. Na, passt ja zu seiner Halbplatte-Frisur. Der ganze Scheiß-Helm ist pink. Also da... Und dann in diesem grünen Auto. Ich muss ja ehrlich sagen... Also der Streifen sieht ja ganz geil aus, dieses Pink auf dem BWT, aber... Das ist der Helm. Auf dem Helm? Also ich muss ja sagen, ich kann mit Strollnicks anfangen, aber dem sein Helm sieht wenigstens passender zum Auto. Aber der fährt auch noch mit Daddy's Cash. Oh, komm schon, bremst du, bremst, bremst, bremst! Daddy's Cash! Daddy's... Daddy's Cash! Ja, Valvo könnte auch so niederschreiben. Gibt er jetzt einen zweiten Part? Oh mein Daddy's Cash! Featuring mit Mazepin und Latifi. Aber Vettels Helm ist schon, also... Ja, aber gut, der hat sich auch eine Halbplatte rasiert, der Vettel. Das passt ja zu ihm. Ich glaube, dass die Haare ihm aus ihm fallen sind, oder? Ich wollte sagen, der hat sich einfach die Haare kurz rasiert, hatte gar keine andere Wahl, dass er eine Halbplatte zum Vorschein kommt. Dann setzt er sich deswegen einen extra hässlichen Helm auf, damit es nicht so auffällt. Damit man sich denkt, oh, sieht er sogar besser aus ohne Helm. Klappt aber nicht ganz. Bei ihm klappt das... Kannst du sonst was für einen Helm machen, dann würde die funktionieren. Dann würde er auch dieselbe Haare gefressen. Klatsch einfach einen Sponsor-Sticker an seine Seite, dann sieht seine Birne auch aus wie ein Helm. Da kannst du auch mal unter einen Halo in eine Leitplanke krachen. Ich glaube, das ist er eh schon. Ah, Monster, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr gefahren. Ja, drei, vier, vier, drei, drei, vier. Na, was wird es jetzt am Ende? Drei. Zehn. Ich mache auch was Tolles. Juhu. Oh, Joker hat's weggeworfen. Nein, die letzten Gelbplätze. Also, da scheint das Williams 92 Team nicht so gut zu funktionieren. Na, nach der ersten Schikane in der schnellen Rechts, da bin ich halt aufs Gras links und bin dann abgeflogen. Hab mich weggedreht. Mir war es, glaube ich, die Candy-Kurve. Also, diese Lesmos. Ah, Glückwunsch da vorne. Lesbos. Haben wir schon mal die Favoriten hier von der menschlichen Seite aus? Nein, Mons habe ich schon insgesamt zwei Podest-Plätze geholt. Ich wollte es doch sagen, aber es regnet bestimmt. Natürlich bis es. Das könnte mit der richtigen Auto-Einstellung ein interessanter Grand Prix werden. Dann gehen wir mal rein hier. Hab mal gleich meine Auto-Einstellung nach unten. Viel Spaß für Glück. Viel Spaß für Glück. Ich drehe mich bestimmt viel rumkreisen. Dann geht das jetzt los, ne? Mir in Wasser. Und da ist natürlich das Gute, dass die 98er McLaren scheiße wegkomme. Da kommt die Scheiße weg beim Regeln. Ich sehe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ich bremse. Du bist da jetzt innen vorbei. Jake rutscht da in der Schikane vorbei. Hab ich den Speed? Kann ich das erste Mal auf die P1 gehen? Ja, das kann ich das erste Mal. Wo bist du, Jocke? Ich bin hinter die 18er. Echt? Okay. Ich dachte, du wärst da durchgerutscht. Nee, nee. Da konnte ich dich durch. Oh, Gottes Willen. Bennetton 95 gegen Bennetton 94. Und Jake. Oh, Jake geht aber volles Risiko. Alter, da steht ja jemand. Den habe ich ja völlig übersehen. Jake, Achtung, hinter dir sind die McLarens. Oh, einer war gerade daneben. Du hast schon zweimal jetzt den Überholversuch eigentlich gut gemacht und bist dann in der Schikane in Aquaplaning oder was bekommen. Das ist gemein. Dieser Jordan tarnt sich noch so richtig. Im Hintergrund Gras, eher so grün. Gras und grün. Schau mal, wer vor dir ist. Oh, ja. Aber ist da noch ein bisschen Abstand? Nein, das nicht. Ich komme aber auch nicht mehr vorwärts. Mein Frontflügel ist halb orange. Ich meine auch. Bin wieder an der gleichen Stelle wie Kronfall. Als ich den Short Fluff genommen habe. Und Benzin, und Benzin, das muss man umstellen. Das muss man durchbumsen. Oh, jetzt wird es über... Achtung, oh Gott, jetzt wird er weg. Nicht mehr abbumen. Da steht er. Kann man nicht rückwärts fahren? Also ich höre schon, ich höre, dass... Mir sagt die Regie, dass hier ein rückwärts-Gag in Planung ist und der kommt nicht von Michael Beisler heute. Die Regie so ganz enttäuscht so. Da macht jemand rückwärts-Gag und du willst es nicht. Nein, ich fighte gerade... Das war aber 10 Sekunden. Ich fahre, ich fighte gerade... Irgendwie noch mit Jake um die Führung. Jake hat auch ganz schön zu kämpfen mit dem Benetton, kann das sein? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Valvo. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Valvo Sicht ist eine gute Comedy-Show. Welche Comedy-Show? Oh, Joker ist raus! So was aber auch. Ja, mein Hack ist aber ganz schön stabil. Das ist der Kunda-Bunte-Joker schon, wir sind alle mit dabei. Siehst du es doch, Jörg? Ja, ich habe es nur gerade gesehen. Herrlich. Geil. So, jetzt gewinnen die das Ding. Was war denn das für eine dumme Lache hier? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es noch gewinne. Ja, das wollen wir uns anschauen. Er hat mal, wo ich lauere. Ich mache einen auf Kutat. Ich kann überall sein. Sehenweißlein, du wirst dich nicht sehen. Im Leben das Grauen, so dann, bumm. Wehe, Val. Dann beschwere, du schießt. Irgendeiner schießt mich runter, ja. Dann gibt es aber... Dann ist nächste Renner, aber kein Spaß mehr, ne? Wo fühlt das das hier als Spaß? Ich kann auf Platz 2 gut mithalten. Jake hat ich zwar nicht mehr Folge jetzt, aber... Ach, Zweifel, okay, gut. Danke, gut zu wissen. Da fliegen die Teile. Die Würfel, lass da. Wenn du natürlich... geschickt da vorne was bewegen würdest, weil, wo wäre ich natürlich nicht undankbar, wenn es nicht ich bin. Auf dem zweiten Platz, oder? Wehe. Wir schießen den zweiten, habe ich gehört. Wehe. Ja, wehe. Dann gibt es im nächsten Rennen für dich die Kunde der Bunte Weißler Show. Und da ist keiner mit dabei. Regierende Streckenvorstellungen mit dem Weißler damals. Keiner überlebt. Wo bin ich, hä? Also so wie du dich anhörst, bist du eher im Sexshop. Wo bin ich? Ja, so wie du dich anhörst, eher im Sexshop. Da stand es aber ganz geschickt. Hättest du jetzt wenigstens zwei McLaren's da hinten mitgenommen. Anstatt hier vom Sexshop zu parken. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde, fick ich eh. Du hättest mal wenigstens mal sagen können, dass da ein Sexshop ist in der Nähe. Sexshop, Sexshop. Ich glaube, da haben wir einen Folgentitel, wenn wir den ohne weiteres überhaupt nehmen dürfen. Na, McLaren's, wollt ihr mich überholen? Ja, das war aber nichts. Ja, das war aber nichts. Scheiß Artie. Ja, wisst doch. Ja, den kannst du rauskicken. Von mir aus. Ja, hat sich nix getan. Und da nichts passiert. Das ist wie bei Meisterrennspiele. Es passiert. Ja, also ich würde sagen, man of the match auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir können auch wieder das Herzchen sehen. Es ist ja auch korrekt, das heutzutage so. Das Herz. Ist das so. Denn Valvo hat ein Herz für Flügel. Die neue, der Herz... Oh, im Titel. Oh, ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch viel besser. Und den dürfen wir verwenden. Jetzt regt sich irgendjemand auf. Äh, mein Herz ist geschützt. Mein Herz ist geschützt. Ja. Mein hungriges Herz, ja, mein bittersüßer Schmerz. Sag mir, wie viele Flügel müssen hier noch abgehen? Mein hungriger, mein hungriger Tank, er fühlt sich nicht mehr so gut an. Sag mir, wie viele Flügel müssen hier noch gehen? Sag mir, wie viele Flügel, wie viele Flügel, wie viele Flügel, wie viele Flügel... Pass auf die Lausen auf, Weißler. Und wirst du gleich noch mal gehen. Und zieh nicht wieder rüber. Ich hab mich verteidigt. Das war ganz in Ordnung, Joker. Wir sind auch hier in dem Kindergarten. Ich sag's dir nur, wie's jetzt in Ordnung passiert, wenn du dich mit dir einhakst. Du fliegst weg, sie fährt weiter. Wir sind auch in dem Kindergarten hier. Ja, ne, mach doch. Oben. Wie die rumzuckelt. Wird mich jetzt... Alter! Noch so dämlich hinten reinfahren, oder wat? Ja, das kennt man nur vom Weißler. Ja, aber wohl wahr... Carlos Bichi, sag deinen Spruch. Sag ihn. Komm, hau ihn aus. Kannst du doch mal sehen, ne? Nein, nicht den. Meinst du? Nein, nicht den Joker-Spruch. Da ist doch nichts passiert. Nein. Auch den meine ich nicht. Du. Nein. Nein, Michael Weißer ist unüberholbar. Das sowieso. Das ist schon markenrechtlich geschützt, dieser Satz. Das müsste er echt auf seinem Banner stehen. Oh, da dreht er sich weg fast. Dann halt da drunter, O2 Michael Weißler. Zitat. 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 Das war damals, ähm, Raisin Siebe, der Spruch. Zitat. Zitkart. Stand da drauf, ja. Hast du keinen Sprit mehr? Oder so? Okay. Hast du dich gerade, O2 Michael Weißler verloren? Ja, ich bin in der zweiten Lesbians Keys. Vorhin auch schon einmal am Start, äh, die Schikanen drüber gerutscht. Aber ne, Jake, äh, hat konstant fünf Sekunden Vorsprung. Ja, und Blausen probiert schon wieder. Das wird jetzt nochmal eine heiße letzte Kurve, glaube ich. Aber bei trockenen Bedingungen hättest du die nicht halten können. Ne, das ist ja das Gute, dass es jetzt regnet. Das war ja mein Vorteil. Ah, wieder ein Podest. Monster ist einfach... ...druck. ...bisher jedes Mal hier was mitgenommen. Am Anfang habe ich noch gegen Jake fahren können. Ja, unverdient. Absolut unverdient. Ja, aber das sehe ich genauso. Also, Fahrer des Tages mindestens der Volvo oder der Beißler. Wo, der Volvo? Naja, da wird aber... Ja gut, ich hab's ja nicht sehen können, weil ich bin ja gefahren. Ich weiß nicht, was du alles da angestellt hast, dahinter. Mit dem Joker. Das muss ich mir dann bei dir angucken. Da muss bestimmt einiges gewesen sein. Also, er ist mir hinten reingefahren. Dabei hast du... Also, hattest du die Alexa Briss am Arsch und der den Schwanz vorne, oder wie? Ich bin des Schnurrbartes, des Angeklebten von Nigel, nicht würdig. Gibst den Schnurrbart ab. Ich häng ihn an den Nagel. Hörst du nur so Nigel schreien in Engel? Volvo und Joker noch nicht in den... Manche tragen eine Fliege und andere tragen Schnurrbart. Und die Dritten tragen Schwänze. Ja. Nicht mal auch Krawatten. Also, Volvo hatte den Arsch von der Alexa Bliss dran und der, wo die reingefahren ist, den Schwanz. Was wir vorhin mal Offscreen hatten. Mit der Autolackierung. Oh, ja, jetzt wird's geil. Kanada. Da freue ich mich ja schon drauf. Das ist jetzt so eine Strecke. Kanada lag mir bisher nie gut. Nicht so wohl gefühlt mit der Fünf-Runde-WM bisher. Und wieder haben wir eine neue Sache von Michi. Ich seh schon, irgendwann ladet ihr euch mal so Software runter, so Soundboard-Scheiße oder sowas. Und dann kommen dann solche Stefan-Rab-Knöpfe da nur mit irgendwelchen dummen Geräuschen vorbei. Das Baby muss mich lieb haben. Ich sag dazu nicht die Mama, nicht die Mama. Bin das Baby, muss mich lieb haben. Ich hoffe, da gibt's nicht mal ne Auflage, ne neue. Von was? Die Smartphones und so weiter. Die Dinos. Das könnten sie schon ja nicht, qualitativ ja nicht erreichen, als sie ja damals vollbracht haben. Das, wenn ich mir das vorstelle, wie bei mir gesagt, die Dinos und da hab die Smartphones und Tablet. Ach du Scheiße. Aber Neuauflagen sind generell eigentlich immer Mist, wenn man versucht, alte 80er-Sendungen, so haben sie ja mit Dallas zum Beispiel und Nightrider schon versucht, in die heutige Zeit reinzumachen. Das passt irgendwie einfach nicht. Mach, was mach ich? Da muss man halt so alte Sachen dann Ruhe lassen von damals, aber... Ja, aber da ist so viel Geld dahinter, dass sich die denken, oh, das rentiert sich. Ja, Dallas mit Smartphone dann. Dallas. Nightrider, da ist das dann nicht mal, da redet der nicht mal mit dem Auto. Ja, Nightrider gab's ja eben mehrere Neuauflagen. Ja, die letzte war glaube ich 2.8 oder sowas. Aber halt kacke. Der Darsteller war ja schon kacke, der den da gespielt hat. Das Auto sah beschissen aus. Und das Auto war doch scheiße, genau, das kommt noch hinzu. Das war doch so ein roter, oder? So dunkelrot war das glaube ich. Auf jeden Fall nicht schwarz, wie in der Hasselhoff-Serie. Zweimal angeschlagen, das hat's gekostet. So wie du geschimpft hast, dachte ich letzter. Ja, ey. Ich wusste, dass da tatsächlich die Pole drin war. Durch zweimal vor einem World of Champions am Ende angeditscht, das hat's denn gekostet. Das würde mir aber entgegenkommen auf der Strecke, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, geh mal rein, viel Spaß. Ich hab ja schon wieder einen Potenzplatz geholt in der Saison. Ist ja schon wieder gut gelaufen. Der lässt sich aber sehr nice fahren, der macht auch genauso Spaß wie damals der 95er, also die Benetton 2. Generell sind gut gemacht hier. Muss man echt sagen, also der 96er, wenn ich den mal ausprobiert hab, den 94er. Joker ist den mal gefahren. Auch mal in der WM, die ich nicht aufgenommen habe damals. Da hab ich doch Race Room gefahren. Da weiß ich, dass du den mal gefahren hast. Hab ich dich da irgendwo berührt, Valvo? Du sagst das Bratfratze, oder? Warst du das dann eben? Ich weiß es ja nicht. Aber du bist dann an mir vorbeigekommen. Das ist nur irgendwas von Bratfratze geschumpfen. Irgendwer wollte mich da abschießen, oder warst du das? Ich wollte ihn nicht abschießen, ich wollte einlenken. Aber ich wusste nicht, dass du das warst. Aber es ist ja nichts passiert. Ich wollte noch sagen, dass die Benetton sehr gut gemacht sind. Auch der 95er hat Spaß gemacht. Der 96er Williams, den hab ich ja auch schon mal gehabt in der WM. Der war okay, aber irgendwie nicht so mein Auto gewesen. Dagegen der 98er McLaren, der Valvo so Probleme bereitet hat, der hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Also auch dort bei den 90er gibt's schon zwei, drei Autos, die man mehrfach nehmen kann. Wie die Alexa! Die wird noch mehrfach von fünf Leuten genommen, wahrscheinlich. Alter, was ist denn hier los? Ich glaub, Valvo verteidigt sich da vor mir. So sah das aus. Den Williams hab ich noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass der, glaub ich, ultraschwer zu fahren ist. Weil Jake ja auch schon sagt, die Power ist schwer auf die Strecke zu bekommen. Tu's nicht, sagt der Valvo. Power ist schwer in die Kurve zu kriegen. Ach so, so war das. So behäbig wie das Einlenken bei Grand Prix 4, oder? Behäbig wie der Nigel Menzel. Der war immerhin Weltmeister. Mann! Und der sympathische Weltmeister. Stehst du da, Joka? Ja, Vorsicht. Was ist passiert? Bist du weggedreht? Oh mein Gott! Oh Gott, da steht der Joka! Oh, da hat er mal eingebremst! Was ist denn mit dem Spiel wieder los, ey? Lausen ist gerade voll aufgestiegen an nichts. Ja, und ich bin an der vorbeigekommen und dadurch bin ich jetzt auch noch an den Williams 96 vorbeigekommen. Durch Jokers Ding hat es mich jetzt nach vorne gespült. Aber Jake wurde da auch nicht abgeschleppt letztens, wo der Valvo sich mal geärgert hat in so einer 5-Runde-WM. Das ist der Stau, wo ich damals nach vorne gekommen bin, noch vor der Valvo. Das war ja sowas ähnliches passiert. Stimmt, das war ja auch hier. Aber ich habe schwer zu verteidigen. Der 98er McLaren, der ist echt, also... Ja, deswegen lag der mir ja auch gut. Der ist halt sehr... Was war denn los? Ja, okay. Na, ich habe... Weggedreht? Ne, ich habe die Kurve nicht gut bekommen und bin dann halt rechts in die Mauer direkt eingeschlagen. Und dann war es weg, oder? Na, schade. Der Williams 92 liegt ja nicht so, kann das sein? Äh... Ist aber WM-Abhängig. Ich bin schon mal ja mit dem klargekommen. Ich bin schon mal gefahren mit dem, okay. Mutan kriegs absolut nicht hin. Das ist irgendwie echt WM-Abhängig, weil... Wo wir das auch... Ich hätte das auch schon gehabt mit dem 2010er Ferrari. In der WM die Valvo neulich noch hochgeladen hatte. Bin ich da mit der Guteil gekommen und... Jetzt neulich, ich glaube, da war Valvo auch gar nicht bei. Da war das ja grauenhaft. Bei mir ist tatsächlich eher autoabhängig. So was kann ich da, bin ich da nicht dabei, um davon Profit zu schlagen. Aber trotzdem Weltmeister gewonnen, oder? Ne, ne, ne. Glaube ich Jockel. Ich hab da nicht viel geholt. Ich hab, glaube ich, zwei Podien oder sowas. Ich war auch mal bei irgendeiner WM, glaube ich, mal in der Konfig gewesen, wo der Joker, glaube ich, alle Rennen gewonnen hat. Mal gegen den Jake. Da war auch für... Das war auch sowas, das war eben so 3er Williams. Da bin ich ja nebenher überhaupt nicht mitgekommen. Ja, stimmt. Ich glaube, da bin ich mitgefahren sogar. Ja, unter Kontrolle ist aus. Oh, nein. Da... Kai fährt aber erst mal weiter. Jaja, das kennen wir ja schon. Das hatte ich ja auch schon einmal. Konnte mal Steuer übernehmen, aber dafür muss Valvo schnell... Na gut, wir sind schon fast in der letzten Runde. Aber das blöde Schwall, wo deine KI fährt, halt dann sehr extrem langsam. Du Pech hast... Naja, und die Lausen wird da jetzt vorbei... Ist mir aufgefallen. Ja, und ich vielleicht den auch dem auch noch. Boom. Aber ich hab zu tun... Oh, 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 oh. Hui. Hui, 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 hui. Das war knapp. Fährst du wieder? Yeah. Da hab ich mich fast eingepieselt. Okay, hast du es gleich wieder angekriegt. Ja, hat das schnell nach dem Ersatz Akku gegrapscht. Ja, grapschen. Achtung, weiß man, hinter dir. Ja, ich hab ihn ziehen lassen schon. Oh, ich hab ihn dann fast noch zu torpedieren. Das können wir nur vom Jokel. Oh, ich hab ihn dann fast zu torpedieren. Na, ziehen lassen würde ich das aber auch nicht nennen. Ne, ich hab ihn fast noch torpediert. Und noch mal. Ja, keiner überholt den Beißler. Das sowieso. Da weiß man gar nicht bei den Beinen, wem man bleiben soll. Na, eigentlich, wir sind auf 4 und 5. Da hast du eigentlich, je nach Kameraposition, eigentlich beide im Bild, Joker. Ja, aber Abstand ist halt doch fast 3 Sekunden. Ja, ich komm an Valvo nicht ran. Also ich wär rangekommen, wenn er nicht wieder hätte Fahrt aufnehmen können. Aber dadurch ist halt das Podium vom Valvo weg. Denn er war zu dem Zeitpunkt Ritter. Das ist ärgerlich, weil den McLaren wirst du eigentlich kaum attackieren können, glaub ich. Ja. Schau, jetzt hat Valvo im dritten Renner, hat er es jetzt, hat er jetzt den Tritt gefunden, aber bei Joker läuft's nicht gut. WM-abhängig halt. Bei mir ist es immer autoabhängig. Also ich hab zum Beispiel 2003er Williams gar nichts hinbekommen. Doch, 5 Punkte. Eine 5-Punkte-WM war das eher. Die 5-Punkte-WM, stimmt, ich glaub's auch. Die kommt auch noch, die kommt auch noch. Boah, aber für Kanada bin ich sehr zufrieden für den Kurs, der mir bisher nie gut lag. Kann ich nicht meckern mit P5. Stark gefahren. Stark gefahren. Ja, aber alles das. Ja, für das ich Kanada eigentlich bisher immer recht, mehr schlecht wie recht abgeschnitten hab in 5-Runde-WMs, bin ich damit äußerst zufrieden. Für Valvo ist, tut's mir leid, weil der war auf Podest, bis sein Controller gesagt hat, ich hab keinen Bock mehr. Das ist der Vorteil, dass ich immer noch einen Kabel-Controller hab. Der kann nicht ausgehen. Dafür hab ich halt viel Kabelsalat halt, aber dafür kann ich ausgehen. Dafür weiß ich nicht, welches Kabel wohin gehört. Ne, der ist fest versteckt, der ist fest angeschlossen am Computer. Der ist mir versteckt, will ich ja nicht sagen. Der ist fest angeschlossen am Computer. Ziehen wir mal dran, mal gucken, woran wir sind. Wumm! Ah, ich hab einen Handschuh freigeschalten bekommen. Ich hab mal einen Handschuh entdeckt. Joka, wo warst denn du zu dem Zeitpunkt? Auf welchem Platz? Ich war auf der Peter-Jake. Also warst du auch auf Podest-Kurs? Kannst du mal sehen. Jetzt kommt Monaco, jetzt kann ich gleich wieder nichts mehr sehen. Oh ja, ja, ist okay. Dann gibt's jetzt auch mal wieder Nuller für den Beißler. Oder vielleicht gibt's wieder so einen dummen Stau, wie damals, wo der Kenny reingekommen ist bei dem Stau und hätte dann gleich das Rennen gewonnen auf Anhieb. Ich glaube, ist sogar das letzte. Ach so, ich dachte, oder das andere, wo du mal gesagt hast, na, Joka, schießt wirklich. Ja, ja, und dann bin ich voll reingedübelt. Und das war so Hype-Absicht. Ja, wo du noch gesagt hast, ja, was wäre dann gewesen, wenn du richtig Absicht gemacht hättest? Ja, die hat ja den Uf geöffnet. Ich hab voll Absicht aus mit dem Beißler. Oh Monaco, schon letzte Rennen der Folge. Lief gar nicht so schlecht. Was witzig ist, Beißler, ich hab mir jetzt von dir die Formel 1 2.14 angeschaut. Wie findest du den 98er-Mod? An sich schaut's ja ganz cool aus, aber was ich nicht mehr gewusst hab bei 2.14 ist wie die Dinge, ist die Kameraeinstellung krass, die so... Dass die so tief sitzt, ne? Ja, dass man so überhaupt nichts erkennt ansonsten. Dann hatten wir so ein Drittel vom Ding jetzt noch eigentlich, vom Ambiente, von der Strecke und so weiter. Ja, ich glaub, das... Zwei Drittel ist eigentlich Auto. Ich glaub, das... Ja, ja, die war damals so. Und da ist es umgekehrt, oder würde ich sagen, ein Viertel vielleicht Auto und Reststrecke. Ja, das haben sie später, glaub ich, dann geändert. Ja, das stimmt. Aber so von dem... Das ist das, was am krassesten auffällt eigentlich, so an sich von... Grafisch sieht's eh ganz geil aus. Der Mod, also der Jordan, glaub ich, haben sie gut hingekriegt. Ne, ich mein, jetzt generell das Spiel. Der Mod ist auch cool. Was aber halt bei F1.2.14 ein Nachteil ist, nach wie vor, ist halt mit dieser Leistungsstärke. Du merkst ja, dass halt immer dieselbe vorne sind und dass halt die Autos nicht ausfallen. Das war halt damals bei den Teilen nun mal das Manko, dass da nichts ausgefallen ist. Was man da aber noch stark auch merkt, ist, dass die KI halt nachgibt. Sobald es zum Zweikampf kommt, gibt die KI nach. Das hast du nicht mehr in den früheren, in den späteren Teilen gehabt. Ne, die sind später aggressiver geworden. Sogar so bei 18 oder so waren die überaggressiv und sind in jede Lücke reingezogen. Oder 16 auch schon. Beim 18er sind die... Ich hätte das gedacht, wo wir den 19er auch gefahren sind mit den Klassik-Autos. Im 19er sind die ja so übermäßig gestartet immer. Da war ja egal, welches Auto die hatten. Die sind ja losgezischt wie die Feuerwehr. Jedes Mal bist du von denen, egal von welchen Autos, bist du von denen abgezogen worden beim Start. Jake, das war auch beim 18er, als wir damals diese WMs gemacht haben. Das war sowas, was den Joker sehr genervt hat. Die sind da weg. Du startest von Pol und dann bist du plötzlich Zehnter nach dem Start, weil sie erst mal wie Rakete vorbeischießen. Und ich glaube, das mit der Strafe, der Gegner fährt dir rein. Ich meinte eh den 18er. Ich meinte... Ja, 19er sind wir ja gar kein Klassik, sondern glaube ich nur normal. Und was auch ärgerlich war, ich glaube, Jake, das hat dich dann sehr angepisst, war, ähm, der Gegner fährt dir rein und du bekommst die Strafe. Ich glaube, das hatten sie dann jetzt sogar mittlerweile ein bisschen gepatcht gehabt. Das hätten wir auch mal herstellen. Ja, das war beim, beim, beim 18er auch so eine Rotze. Aber im 19er war es noch schlimmer. Aber ich fand ihn beim, den 14er recht verzeihend, was so eben, ähm, war der auch. die Gegner halt betrifft, dass die halt wirklich im Zweikampf eher nachgegeben haben. War der auch tatsächlich. ganz anders als 18 zum Beispiel. Oder was willst du, Jake? Viel Spaß, viel Glück. Würsten, der 3er fährt's. Ja, das war schon bei, bei 2, du konntest halt so, bei den späteren Teilen konntest du schon besser mit denen kämpfen. Beziehungsweise dann zwischenzeitlich auch mal nicht, weil sie dann wirklich überaggressiv waren. 2,16 zum, oh Gott. Achtung, in der ersten Kurve, da stehen 4 Autos. Jetzt stehen, ja, 5 waren mit mir natürlich, aber jetzt stehen noch 4. Achtung, in der ersten Kurve stehen noch 4 Autos. Die neue Talkshow, eine Kurve 4 Autos. Haha, ja, warum nicht? Mit Michael Weißler. So Formel 1, eine Kurve 4 Autos. 4 Kurven, ein Auto. Aber überaggressiv, ich fand sie vor allem beim 16er waren sie extremst aggressiv. und später auch noch mal. Ja, das ist mir da aufgefallen, wie ich da in die WM bei euch reingekommen bin. Die waren ja echt mega krass. Und dann später auch noch mal 18 und 18 und 19. Jetzt beim 20er sind sie eher wieder humaner geworden. Wie war 17? 17 bin ich nie online gefahren, aber doch, 17 ging. 17 ging eigentlich. 16 war brutal und 18 und vor allem 19 fand ich sie manchmal überaggressiv. Was mir beim 20er auffällt, es gibt bestimmte Strecken, wo sie aggressiv sind. Also im Karrieremodus in Holland sind sie immer besonders aggressiv. Das ist mir jetzt... Doch Jake meinte auch, dass sie halt bei manchen Strecken einfach sehr gut zurechtkommen, also Melbourne oder so. Das ist aber heute auch noch. Melbourne ist auch schwierig, ja. Die DKI-Unterschiede ist teilweise vor Strecken zur Strecke schon auch hier in 2020 enorm. Eben, dass das mein mal gerade... Also Holland fällt mir auf, gerade im Karrieremodus hatte ich es jetzt schon gehabt, dass die da besonders aggressiv sind in Zandvoort. Wiederum sie dann in Bahrain fast schon luschemäßig agieren, auf dem selben Schwierigkeitsgrad. In Melbourne sie aber dann eher wieder Schwierigkeiten hast, mit ihnen mitzuhalten. Also das ist auch sehr... Ja, in Melbourne sind sie stark, Zandvoort und Silverstone. Stimmt. Zumindest mit Karrieremodus. So, wenn du jetzt hier mit dem fährst, dann ist ja hier der Abstand vergleichsweise größer als auf anderen Strecken. Zum Beispiel, wenn man zu Zandvoort fährt. Fuck! Oh je, Walvo. Achtung, ich stehe aus dem Tunnel raus. Okay, da komme ich jetzt dann hin. Oh, oh, oh. Da rollt das Rad mir noch entgegen. Hallo, Michi. Das heißt, Walvo, du bist Ausgang des Tunnels weggedreht, eingeschlagen. Das ist eine Frage, vermute ich mal. Ja, im Tunnel. So wie der Frenzen 2001 oder wie der Montoya, der Schuhmacher zuerst ein viermal erlegt hat. Oder, ja. Oder Ralf. Oder Ding, Ralf und Alonso. Zwei, vier. Wo er das Stinkefinger raus... Das Füßekeller fand ich am krassesten, wie der einfach rausschießt aus dem Tunnel und keine Vorderreifen mehr hat. Das sah echt brutal aus. Stimmt, ja. Kann ich mich auch erinnern. War auch 98, kann das sein? War 98. Die Funken, die Funken fliegen so und der saß da auch so nicht. Ding, das war schon krass. Aber ja, das, was Jake sagt, mit der KI da schon recht. Also Zandvoort hat mir eigentlich nicht so Spaß da den zu... Ich mag die Strecke und hab die gern im Kalender, aber mit der KI dort zu fahren macht keinen so Spaß. Siehe, mein Team. Melbourne geht eigentlich. Dort sind sie stark, aber da kann man was holen. Aber in Holland muss man mal Angst haben, dass ich dich in die Wand täcle. Ich bin auch überrascht, dass hier überhaupt dann diese Doubles da vorne dran kommen. Warum auch immer. Dass ich immer noch lebe, wundert mich auch. Und da war das Rad vom Walvo. Ich schiebe es mal ein paar Meter vor. Danke. Obwohl das ist festgeklebt am Boden gewesen. Man konnte es gar nicht wegschieben. War wieder mit Uhu dran geklebt. Mhm. Von der Renate aus Zwickau. Ah, ja, okay, nicht schlecht. Ich bin auch nicht schlecht gekommen. Vielleicht hast du den Kurs hast. Vor allem, Joker braucht Punkte dringend. Punkte 12. Punkte dringend. Jetzt sind wir in der Schrittkamera beim Jogge dabei. Ah, hallo. Bei mir sind die Batterien auch gleich leer. Ich merke, dass keine Rampelfunktion gerade mehr ist. Ja, aber wir haben gleich eh Break, Joker. Dann hast du Zeit, sie kurz zu wechseln. I want to break free. Hau die Batterien nie. Die, 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 die. Ach du, die, okay. Jetzt bin ich gefickt. Erst links rein und dann rechts rein. Boah, also Valvo, du magst von beider Seite, okay? Auch nicht schlecht. Vor allem von links und rechts. Aber mit dem Benetton kommt man sehr gut um diese enge Stelle, wenn ich mit den aktuellen Autos immer stecke bleibe oder mit so vielen anderen Autos nicht rumkomme. Aber mit dem Benetton, da geht es ganz gut. Was hat ein Letourneau gemacht? Hat auch eine Strafe. Ja, vielleicht waren die da drin gesteckt. Ja, die waren drin gesteckt in dem am Anfang, wo die fünf Autos mit mir zusammen standen. Da steht aber gar nicht, ob die irgendwie mehrere Sekunden hat. Bei der ist nur einfach die Flagge. Das wird vielleicht am Ende erst angezeigt. Die wird einfach disqualifiziert. Du musst das Zuschauermenü aufrufen und dann kannst du einstellen, was du da sehen willst. Abstände oder Strafen halt. Dann kannst du dir anzeigen lassen. Final lap in Monaco. Ach, hier. Drei Sekunden. Danke. Bitte. Auch das schon ein Erfolg für den Meißler in Monaco, fünf Runde zu überleben. Ich glaube, da habe ich bisher kein Renne beendet, so wirklich. Da ist mein Rad. Das vom Stefan Rath. Hallo, ich bin der Stefan Rath. Da vorne ist ja jetzt noch ein paar, die könnte ich theoretisch überholen, aber praktisch weiß ich nicht, ob ich das in Monaco hinkriegt, zu überholen, aber theoretisch könnte ich sie. Ich kratze die Jordans da vorne. Ja, komm, einen probieren wir mal. Komm, einen probieren wir mal hier. Ja, einer haben wir schon mal. Gratuliere, Check. Danke. Ich glaube, für die anderen habe ich leider schon die Zeit verloren. Ja, 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 endlich Punkte für den Joker. ja, Ohne Rampelfunktion. Jetzt legt Willems los. Ohne Rampelfunktion hat er das geschafft. Ohne Ready to Rampel. Und mit orangenen Flügel halbwegs. Ja, da habe ich auch so einen hellgelben. Ja, immerhin, bin Monaco ins Ziel gekommen. Der Benetton ist das perfekte Auto, um in Monaco um den Kurs zu kommen. Da haben wir das auch gelernt. Da, da, da. Mit dem Sound. Soll doch so einen Sound geben, wenn jemand ins Ziel kommt, Fahrer des Tages. Da, da, da. Aber made by mir. Damals noch diese dummen Animationen, auch bei Formel 1, 2014. Da gab es ja keine. Wenn man irgendwie es in die Wand geschrammt hat, oder so, und dann der Mechaniker einen so anschaut, so, ah, das war scheiße. Ja, weg mit den Kameras, weg, weg, weg. Schimpfe, schimpfe, schimpfe. Aber es gab ja auch, es gab ja auch kein Podest damals bei 2014. Da war es nur ein paar Familien, die es abgeklatscht, und dann war es es. Die so generisch dumm rumgestanden sind. Hey. Obwohl, das hat einen Flair, wenn man das heute spielt. Irgendwas hat es schon an sich. Aber ja, da merkt man erst mal den Sprung zwischen den ganzen F1. Das war das Spiel, was ihnen am besten gelungen ist, finde ich. Wie weit seid ihr? Also bis auf das Optische. Wir haben die erste Saisonhälfte schon abgeschlossen. So auch noch beendet? Nee, noch nicht. Oh Gott. Der Kenny muss doch schlafen. Gute Nacht, Kenny. Ja, dann hau ich halt in der Aufnahme ab. Gute Nacht, ihr Osis, viel Spaß noch. Liebe Zuschauer, vielen Dank für's Zuschauen. Ich hab mich. Was denn? Bye bye und tschüss. Ciao, tschüss, tschüss. Und wie man mich kennt. Schönes Ende. Ja, mehr gibt's dem nicht mehr hinzuzufügen. Ich sag auch danke euch fürs Mitfahren, euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann in den USA wieder. Ich sag mal, keep racing und auf Wiederlurke. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Nacht, Kenny. Gute Nacht, Kenny. Abo, 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 abo. Labe.